Hallo, entschuldige mich. Ich mache ein Surveys. Kann ich dir eine Frage stellen? Ja? Nein? Im Moment, und wir wissen eigentlich auch nicht warum, herzlich willkommen zum EXO-Journal. Wie stellt sich die Menschheit einem möglichen Kontakt mit einer außerirdischen Spezies? Um diese Frage zu erkunden, haben wir uns heute hierher begeben. Und wir wollen die Menschen selbst fragen, wie sie dazu stehen. Immerhin hat eine wissenschaftliche Fachzeitung gesagt, in zehn Jahren könnte es soweit sein. Der Erstkontakt könnte mithilfe der technischen Möglichkeiten bis dahin zustande gekommen sein. Doch wie sieht es unter den Gläubigen aus? Ist das eine Möglichkeit, mit der man ernsthaft rechnet? Wir werden das jetzt mal erkunden. Ich glaube, damit beschäftigt sich einfach jeder zu wenig, um sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, dass die Menschheit bereit ist, um einen möglichen ersten Kontakt mit einer Zivilisation extraterrestre? Ich habe das niemals gedacht, aber es gibt Leben hier, weil es nicht mehr auf einem anderen Planeten gibt. Ich wäre nicht vorbereitet. Ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Was würde denn passieren, deiner Meinung nach? Da ich, also ich glaube prinzipiell schon an Außerirdischen, aber ich weiß nicht, wie die beschaffen sind. Dafür müsste ich wissen, ob sie prinzipiell in der Lage sind, uns zu verstehen. Ich weiß nicht, ob sie existieren oder nicht. Aber alle diese Filme amerikanischen machen es so real. Also, sie spielen mit unseren Geist. Das ist nicht in unserem Koran. Was soll das passieren, damit die Menschheit bereit sein wird? Ich denke, die Informationen, weil es ein Diktum sagt, dass die Bevölkerung erschreckt ist, was sie nicht wissen. Und wenn man mehr Informationen auf die Zivilisation extraterrestres ist, ich denke, dass, von diesem Moment, der Kontext wird leichter sein. Sie denken, dass die Menschheit bereit ist für ein mögliche Kontakt mit einer Zivilisation extraterrestre? Nein, ich denke, dass wir noch nicht bereit sind, für ein Kontakt so wichtiges Kontakt, oder nicht, dass wir noch nicht mehr in der Lage sind, dass wir 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 in der Lage sind. Wir sind noch in der Paläolithische Zeit, weil es noch jemanden, der sich in der Lage ist, und der sich in der Lage ist, um die Dinge in der Lage sind. Ich glaube eigentlich nicht wirklich an Außerirdische, deswegen, ja, also vorbereitet, nee, würde ich nicht sagen. Glaubst du, wir sind die Einzigen im ganzen Universum? Nee, das glaube ich auch wiederum nicht. Wie wir sehen, es gibt geteilte Meinungen über dieses Thema, sowohl unter den Gläubigen als auch unter den Nichtgläubigen. Und das ist ganz erstaunlich, denn es gibt immerhin einen offiziellen Standpunkt der katholischen Kirche zum Thema Außerirdische. Und hier ist er. Gott schuf die Welt in sieben Tagen, heißt es in der Bibel. Doch schuf er nur den Planeten Erde, die Menschen, Tiere und Pflanzen darauf? Oder gibt es noch andere Lebewesen da draußen? Jahrhundertelang haben sich die Kirchenobersten im Vatikan nur hinter verschlossenen Türen darüber Gedanken gemacht. Doch vor relativ kurzer Zeit begannen führende Theologen damit, sich öffentlich zum Thema Außerirdische zu äußern. Den Anfang machte dieser Mann, Monsignore Corrado Balducci, ein enger Vertrauter von Papst Johannes Paul II. und Prelat der Kongregation zur Verkündigung des Glaubens und der Evangelisierung der Völker des Heiligen Stuhls. Bereits im Jahr 2000 meldete sich der hochrangige Theologe im italienischen Fernsehen zu Wort. Die katholische Kirche und UFOs. Wer hätte gedacht, dass beides zusammenpasst? Die Kirche schaut auch selbst in den Sternenhimmel mit einem eigenen Observatorium auf Castel Gandolfo. Dort erforschen Astronomen im Auftrag des Papstes das Universum. Der Direktor der vatikanischen Sternwarte, José Gabriel Funes, gilt als Befürworter der Außerirdischen. Im Jahr 2008 erschien im Osservatore Romano, quasi dem Amtsblatt des Vatikans, ein aufsehenerregendes Interview mit ihm unter der Überschrift Der Außerirdische ist mein Bruder. Darin heißt es Genau wie auf der Erde, wo es viele verschiedene Lebewesen gibt, könnte es auch andere intelligente Wesen geben, die von Gott erschaffen wurden. Dies steht nicht im Widerspruch zu unserem Glauben, da wir der Schöpferkraft Gottes keine Grenzen setzen dürfen. Wie wir sehen, hat sich die katholische Kirche also offenbar schon vorbereitet für die Möglichkeit, dass eines Tages doch der Kontakt zwischen Menschheit und einer außerirdischen Spezies stattfindet. Das ist eine interessante Sache, wenn man bedenkt, dass es sehr viele schlimme Konsequenzen geben könnte für althergebrachte Institutionen wie die katholische Kirche. Plötzlich müsste man unangenehme Fragen beantworten. Zum Beispiel gilt die Erbsünde auch für Außerirdische. Wir haben die Touristen hier auch befragt, ob sie denn den offiziellen Standpunkt der katholischen Kirche zu Außerirdischen auch kennen. Und hier das überraschende Resultat. Glaubst du, die katholische Kirche hat sich damit schon mal beschäftigt? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie wissen, was die Kirche über dieses Thema sagt? Nein, ich weiß nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, dass die katholische Kirche eine Meinung hat zu diesem Thema. Und wer weiß, vielleicht tut sich eines Tages tatsächlich der Himmel auf und ein UFO schwebt herab und der Kontakt findet statt. Vielleicht sogar hier auf dem Petersplatz. Wünschenswert wäre es, denn offenbar ist die katholische Kirche besser auf einen möglichen Erstkontakt vorbereitet als die meisten ihrer Anhänger. Und was denkt ihr darüber? Fühlt ihr euch vorbereitet für den Tag, an dem die Aliens kommen? Oder sagt ihr, ich verkrieche mich in einem Loch, bis sie wieder weg sind? Oder haltet ihr es vielleicht für völlig unmöglich, dass es überhaupt gibt und ihr sagt, alles Quatsch? Hinterlasst mir eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und falls ihr über die neuesten Videos auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren YouTube-Kanal. So long, arrivederci amici, ci vediamo, ciao!